Wo sind wir denn hier heute? Bei der Sparkasse Bremen. Ja, wir sind hier in der Stadtteil Fial in Obervieland und heute gab es hier eine Autogrammstunde. Hintergrund war, dass wir unsere Lütten-Superhelden hier heute gekürt haben. Weil wir laufen mit den Werder-Spielern am 18. Mai ein. Die Sparkasse Bremen und Werder Bremen haben eine lange Kooperation und da stand die Frage im Raum, was können wir zusammen machen und da haben wir eine wunderbare Verlossaktion gemacht und zwar konnte man sich bewerben, Eltern konnten ihre Kinder vorschlagen. Man musste schreiben, warum das Kind ein Superheld ist. Also entweder weil sie den Alltag wunderbar meistern, weil sie zum Beispiel der Oma im Altenheim helfen oder weil sie eine schwere Krankheit überstanden haben. Die Kinder waren sehr aufgeregt, aber natürlich auch die Eltern oder die Großeltern, sie konnten Fragen stellen, sie konnten Autogramme sich holen von den Spielern. Das ist ein besonderer, ein einzigartiger Moment. Ja, ich weiß ja noch selber, wie ich früher war in dem Alter, so Fußball begeistert. Klar war das immer was Besonderes dann, wenn man mal wirklich einen Fußballer dann auch getroffen hat und früher war es glaube ich nicht so einfach wie heute. Aber ich glaube, dass man den Kindern noch einfach eine Freude geben kann, macht uns natürlich dann auch Freude. Ich habe noch nie Autogrammkerze gehabt und habe noch nie einen richtigen Fußballspieler getroffen. Sie waren sehr interessiert und ich glaube, dass sie sehr viel Freude haben, wenn sie dann am letzten Spieltag gegen Leipzig mit uns einlaufen können. Das zu verarbeiten für die Kids, glaube ich, wird schon spannend und sie können sich darauf freuen, weil das was Besonderes ist für uns oder für mich jetzt, der schon öfter einlaufen durfte. Mir ist auch immer wieder was Besonderes und ich glaube, das ist so ein Erlebnis, was die Kids nicht so schnell vergessen werden. Die Sparkasse Bremen und Werder Bremen arbeiten ja schon lange zusammen. Die Kooperation geht über viele, viele Jahre und es gibt immer wieder schöne Aktionen, Autogrammstunden, aber auch Spielercamps, zum Beispiel bei Werder Sports. All das sind immer wieder Aktionen, weswegen es sich lohnt, auf die Homepage von der Sparkasse Bremen zu gehen, denn da werden diese Aktionen genannt.